Geschwätzt! Musik mache ich eigentlich schon seitdem ich klein bin. Also anfangen hat es mit dem Kinderchor in Amrichshausen, mit sechs Jahren bin ich in der siebten Klasse aufs Schlossgymnasium in Künzelsau, wo ich dann auch Gesangsunterricht bekommen habe und Hochzeiten mache ich viele. So hat sie es immer weiter gesteigert, als ich dann letztes Jahr bei Twilight Zone in der Band anaufgenommen wurde. Ja, das ist fast schön! Ich freut es mega, dass so viele Leute gekommen sind, vor allem aus meinem Freundeskreis oder Familienkreis, gekommen sind mich zu unterstützen und es ist einfach eine coole Sache, dass hier so ein Heimspiel veranstaltet wird, auch unter dem Motto mit Freunden, bei Freunden, einfach die Möglichkeit den Leuten zu geben, ihre Hermutbekanntschaften, die früher zu treffen und ja, ich finde es echt eine coole Sache, macht Spaß! Musik Musik Hermut Hausens ist eigentlich schon seit ich 16 bin. Hermut Saal ist so ein Klassiker zum Feiern. Wenn was war, immer Hermut Saal am Wochenende, sind wir eigentlich immer hin und deshalb hängen an Hermut Hausens viele Erinnerungen, auch an die Location hier. Es ist immer cool, hier zurückzukommen, Heimatbesuch, gerade wenn man viele Auftritte mit Twilight Zone jetzt in einer größeren Umgebung hat, also Raumtauer, Bischofsheim, Würzburg, Stuttgarter Raum, Schliersee, wir spielen auch einen Auftritt Obervorschütz, das ist weiter oben bei eher Norddeutschland und es ist einfach toll, hierher zu kommen, bei der Region zu zeigen, was wir so machen und auch die Band mal hierher zu führen. Was gefällt dir hier in der Gegend in Wohnlohe besonders gut? Einfach das zwischenmenschliche, den regionalen Bezug, das familiäre, also egal wo man hingeht, man kennt immer Leute, die Leute unterstützen einen mit dem, was man macht und deshalb finde ich es toll, hier Musik machen zu können. Ja. Musik An welchen Auftritt denke ich immer wieder gern zurück und warum? Also zum einen der Cannstatter Wasen, weil von mir war es echt so eine große Respektaufgabe in einem riesen Zelt mit 3000 Leuten mal zu spielen, einfach die Menge mitzureißen und das Feeling, wenn 3000 Leute mitsingen, das war echt gigantisch, aber auch der Weihnachtstanz in Hermuthausen war ein sehr sehr wichtiger Punkt für mich, gerade weil ich das erste Mal hierher gekommen bin und dann hier spielen durfte mit Twilight Zone. Musik 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 Wie stellst du dir deine musikalische Zukunft vor, wo siehst dich die nächsten paar Jahre? Auf jeden Fall in der Band, Hochzeiten möchte ich noch weiterhin ausbauen, ein Traum von mir wäre es auch Twilight Zone ein bisschen mehr hier in die Region zu bringen, also Raum Künftelsau, dadurch, dass wir halt viel im Main-Tauber-Kreis spielen, Würzburger Raum, dass wir einfach auch mehr Auftritte hier bekommen und ja. Vielen Dank für deine Antwort und heute Abend noch eine tolle Party auf der Bühne. Dankeschön. Musik Ende. Ende. Musik Alles Gute Musik Säge